Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Arcadia. Wie man eventuell noch hört, bin ich noch immer leicht krank, aber es ist schon deutlich besser geworden. Von daher geht es heute weiter und zwar haben wir in der letzten Folge vergeblich diesen Raum gesucht und nicht gefunden und dann schön den ganzen Spielfortschritt aus irgendwelchen Gründen zurückgesetzt und durften dann alles nochmal machen, beziehungsweise das meiste habe ich ja dann off-cam, äh, nicht off-cam, also ohne Aufnahme nochmal neu gemacht. Dementsprechend befinden wir uns jetzt vor dem gesuchten Raum und werden endlich mal weiterkommen. Ich weiß gar nicht, wie ich den übersehen konnte. Gut, der ist hier so ein bisschen versteckt um die Ecke und wenn man immer nur hier so lang guckt, es hat gereicht, dass ich ihn nicht sehen konnte. Huch, jetzt habe ich umsonst aufgemacht. So, schauen wir mal. Ja, der hier haben wir auch schon Bekanntschaft mitgemacht. Ich nehme mal an, dieser große Knopf, der uns da ins Gesicht springt, quasi. Oh, du musst mich schuldigen. Das Gericht, um die Blöcke abzuhalten, ist ein Hexagon-Level? Was mache ich? Wir können nicht mehr warten, Kovacs. Memorize die Position der Blöcke und versuche, Das ist ja schön und gut. Also, warte mal. Okay. Rechts. Kein Problem. Ähm. Rechts, link, rechts. Aber wie soll ich denn da oben durchkommen? Rechts. Links, unten. Und wieder rechts. Aber wie soll ich denn oben durchkommen? Oder soll ich denn mittig durchgehen? Und ge- ge-croucht. Wahrscheinlich. Wir probieren es mal. Oh, diese Türen, dass die nicht automatisch aufgehen, wenn man die einmal geöffnet hat. Also. Äh. Ich bück mich einfach. Bin mir unsicher. Rechts. Links. Wieder rechts. Und dann war es mittig. Okay. Wie geht's mit dem Feuer legen? Ich denke, das würde helfen. Kabel rausreißen. Das würde schon gehen. Was haben wir denn da? Auch ein paar Hexagon-Türen. Haben wir hier irgendeine Tür noch? Die ich hier wieder übersehe, eventuell? Weißen, wir werden da. Wohl ein bisschen an den Kabel ziehen. Hm, hier kommt man rein. Oh, hier kann man auch was machen. Interessant. Wir probieren es erst mal hier außen. So, also. Ähm, ah, hier kann man wieder die Karte umswitchen. Hm, ich verstehe. Warte mal, wir müssen irgendwie wahrscheinlich hier den... ...den Strang hinbekommen. Äh. Macht das Sinn? Nee. Macht überhaupt keinen Sinn, oder? Also, warte mal. Momentan haben wir hier rot. Ah, warte mal, okay. Huch. Deutscher Knopf. Ich habe nicht genug Infos, behauptet sie. Hm, was ist denn hiermit? A really simple wiring. That's all. I only have to keep track of the yellow cable. I'll take a picture of it, just in case. Oh, gute Idee. Wollte ich gerade auch machen. So, dann lass mal gucken. Die Rückseite jetzt, die wir abfotografiert haben. So, hör mal der Bild raus. Das geht... ...von hier... ...nach da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Nee, es macht gar keinen Sinn. Moment, Moment. Das ist ja die Rückseite gewesen, ne? Dementsprechend müsste man das jetzt ja... ...umdrehen, oder? Also... ...das hier... ...is hier, oder? Und das hier... ...is hier. Gehe ich da jetzt richtig von aus? Das hier... ...geht von hier... ...nach hier... ...nach... ...hier... ...und dann da runter? Aber... ...ne, das macht gar keinen Sinn. Das hier ist... ...das hier ist... ...genau, das hier ist hier. So. Und es kommt aber von... ...einem hoch... ...und hier... ...hier. So. Ne? ...drehen... ...und das hier... ...det... ...deh... ...deh... ...drehen... ...und das hier... ...ist eindeutig... ...hier... ...geht hier rüber... ...dann hier runter... Perfekt. Nice. Do you have time now to explain that really bold move you were talking about? Yes. Once you locate Trevor, get him to. You know where old Arcadia is, right? The abandoned prototype town? Why do you want me to bring Trevor there? Because that is where Arpad Kobach's Visiorama Workshop is. And since we know they stole his technology for the jingle, we need to use it to get it out of Trevor's head. What? Removing the jingle? Are you crazy? That plan is like a hundred to one shot, to put it mildly. We barely know anything about the jingle. That is why you need to get inside realignment and find as much information as you can. But only after you bring... Number four, I told you to slow down, dammit. Stop the car and act casual when the cop comes. Kobachs, please, trust me. Bring Trevor to old Arcadia. We're counting on you. There he is. Oh, finally. No, 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 Trevor, don't do it. Don't sign it. Combs were locked. So the only way I found to communicate with him was to play an audio file from my phone. Wir wissen es. So, was machen wir denn hier mal? Können wir hier irgendwie... Let's go. Juhüss, wir sehen uns. Äh, Entschuldigung. Oh, shit. Warum das denn? Wollen wir die Nachzeit wieder angehen? Lauf, lauf, lauf. Bin gar nicht hier. Macht's gut, die Idioten. Oh, was ist das denn? Das Arcadia-Korps. Das schmerzende Herz der Stadt von morgen. Das erste Mal, dass ich von diesem Ort gehört habe. Was? Brauchen wir nicht oder was? Na gut. Äh, machen wir doch. Entschuldigung, bitte. Können wir nicht mitnehmen. Äh, okay. Jetzt bin ich kurz irritiert. Warum können wir das nicht mitnehmen? Wie soll ich denn... Hä? Beatle? Ja. Hey. Ist mir schon klar, dass der mich so einfängt. Aber was soll ich denn machen? Hier ist ja gar nichts. Maximal irritiert. Vielleicht müssen wir raus. Mit dem Ding. Keine Ahnung, wir probieren's mal. Aber letztendlich, wo soll ich denn... Ach Gott, jetzt seh ich's, glaub ich. Perfekt. Äh, äh, willst du bitte? Danke. Mhhh, yep. Ah. Knapp. Juuu. Juuu. Dann wollen wir hier hoch und hier durch. Mhhh, ja schon wieder. Nope. Juuu. Juuu. Der Freak, der uns fast umgebracht hätte, auf dem unser Auto gerammt hat. Den müssen wir bestimmt bald wieder... Oh Gott! Das war jetzt aber knapp. Hüpf, hüpf. Okay. Wo ist denn dieses... Alt-Arcade-Ideal überhaupt? Äh. Okay. Was macht das? Schalten. Okay. What? Hm. Okay. Okay. So, warte mal. Dann geht das hier zurück in irgendeinen anderen Raum. Einfach ein bisschen rumprobieren, glaube ich. Äh. Das geht dann wieder raus in den Raum, glaube ich. Aber das und das anmachen. Dann sollten wir... Ja. Das. Das. Naja. Fast. Hier. Dann hier. Nimm mal noch nicht. Nimm mal noch nicht. Was fehlt denn noch? Irgendeinen noch vergessen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich müsste doch jetzt alles laufen hier. Äh. Äh. Hm. Interessant. Sehr, sehr interessant. Upsi. Ah. Nein. Passt. Ich brauche die, ähm. Ich brauche die, ähm. Eine Drohne wieder. Die hier, ja. Die fliegt jetzt gleich raus. Ich brauche die da draußen. Um diesen anderen Trottel noch... ...haben zu legen. Wo ist sie? Perfekt. So. Okay. Reicht das jetzt schon? Ich kann auch die da hacken. Na komm. Komm hoch. Da kann ich nicht durchschauen, ne? Hier irgendwo? Aha. So. Warte. Lass uns den auch noch flach machen. Lass uns den auch noch flach legen. Sieht ihr den gar nicht? Ach komm. Irgendwann sieht die denn noch die Häuser hier rum oder nicht? Da ist er doch. Perfekt. Danke. So. Komme ich jetzt hier einfach durch? Oder greifen die mich jetzt auch ran? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach raus. Oh. Oh. Looks like the drones are on our side now. Cool. Oh. Oh. Die aber nicht, oder? Hm. Ah. Okay. Warte mal. Wir müssen noch mal raus. Und die andere Drohne hacken. Äh. Na komm. Wo bist du? Du bist irgendwo hier. Da. Perfekt. Ah. Nee. Dadurch können wir nicht. Aber ich wette. Wir sehen gleich noch irgendwie eine andere. Hier so. Ja. Danke. Aber wir können ihn trotzdem nicht schocken. Weiß hier. Ah. Komm hier drin. Ist hier drin noch eine? Oder fliegt sie rein? Na komm. Flieg rein. Flieg durchs Fenster. Wir möchten Kollege Schnürschuh ein bisschen helfen. Er sieht so. Hm. Scheinbar nicht. Fläfrig aus. Ich hab da brauchen einen kleinen Energieschub. Nee. Damit geht's nicht. Hm. Was sieht denn die Drohne noch? Noch irgendwas? Ah. Wir müssten wahrscheinlich die Rollos vielleicht irgendwie hoch machen. Was? Na wir schauen mal. Wen erst mal hier weiter. Vielleicht gibt's ja gleich eine Option für. So. Beziehungsweise vielleicht dickt uns der auch einfach gar nicht. Boah. Oh shit. Ich bin der Target. Hm. Okay. Und irgendwie. Wie kriegen wir denn da die Rollos hoch? Ach come on. Okay. Wir müssen das machen. Das eine Fenster ist ja am Start. Wir müssen das quasi machen. Wir müssen das quasi machen. Wenn wir wissen, dass... Ja, da lang geht. Das heißt, es muss irgendwie einigermaßen getimt sein. Oh, eventuell jetzt vielleicht. Wirst du schon passen? Ja. Perfekt. Nice. 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 War doch gar nicht so schwer. So. Geh mal durch schon. Oh Gott. Hilfe. Ach so. Das sind die auf unserer Seite. Ja. Danke. Hier könnten wir generell gebrauchen. Also so immer. Können die bitte bei uns bleiben? Die sind fucking nützlich. Die sind fucking nützlich. Geben. Jawoll. Endlich wird hier mal aufgeräumt. Tschüss. Das ist völlig aus. Geben. 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 Ich bemerke mich. Diese Dronen machen jetzt meine Beobachtung. Also, du... Du besser weg. Oder... Oder... Ich werde nicht responsabiliere den Schmerzen, die kleine Möchinen teilt. Die kleine Möchinen teilt. Oh oh. Du hast mir zu viel Probleme für eine pathetische Wim. Ich bin mir nicht überrascht. Wie hast du geschafft geschafft, den notwendigen Rang zu kontrollieren und manipulieren Arcadius mit automatisierten Personnel. Aber es ist nicht mehr wichtig. Ich werde dich zurück in deine Zelle. Sobald ich dich unkönschen habe. Hallo? Kovacs? Wenn du mich hören kannst, bitte etwas machen. Kovacs? Wer ist Kovacs? Mein... Bet-Turtle. Ich habe einen sechsjährigen Florida-Box-Turtle. Schmerzen mit Lichtgelben... Und... Und... Was? Was? Was sind Sie zu bezahlen? Ich habe genug von deinen Blabberungen, 10-392, Ende der Line. Wieder. Ach, komm auch nicht. Ich wollte noch erwarten, was er sagt. Okay... was Frau Solano machte. Ja, aber sie wusste sicher, dass es nicht so weit auf den Boden war. Deswegen hat sie die Hatsche öffnet. Ja, natürlich, natürlich. Ich hatte alles unter Kontrolle. Was? Er sagte, Kovacs tut etwas und ich habe das erste, was in meiner Meinung kam. So, und wo sind wir jetzt reingefallen? Wir sind doch aber auch mit ihm runtergefallen bestimmt, oder? Rück ab. Das bezweifle ich. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist hier denn los? Hallo? Warum sehe ich nichts? Hallo? Muss das so sein? Hab ich irgendwas verpasst? Irgendwas ist hier ein bisschen verbuggt, hab ich so das Gefühl, oder? Kann nicht normal sein, dass wir nichts sehen. Moment mal. Ach, Checkpoint neu starten. What? Oh. Schon besser. Hätte mich auch gehundert, wenn wir nichts sehen. No. Hexagon ist nicht dabei. Jajaja. Das ist ja super. Viel Spaß. Bye-bye. Müssen wir hin da? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ram. Nein, du bist auf dich allein gestellt. Du Trottel. Viel Spaß. Viel Spaß. Du bist nutzlos ohne deinen Hexagon, hab ich so das Gefühl. Der kann ja gar nichts. Bye-bye. Oh fuck, falsche Richtung. Oh nein. Ach, come on. War ich zu dumm war. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Ich feiere leider die Checkpoints teilweise überhaupt nicht, auch wenn ich das Spiel immer mal wende, um dann neu, um dann das Let's Play vorzuführen, da muss ich teilweise so viel nachspielen immer. Das ist gut, wenn man einfach speichern könnte. So. So. Bye-bye. Wie spricht er über mich? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. I come to this Genshin now. There is no escape. You know what? Even my grandpa could jump that. What? Halfway through my jump, I suddenly realized how rickety the ladder was. But it was too late to do anything about it. Oh oh. Oh oh. Oh Trevor. Also ich weiß nicht. Scheiß wirst du. Und was stimmt mit dem Typen auch nicht. Gott sei Dank. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Und hoffe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Willkommen in Arcadia. Oder zumindest Willkommen in das Land, wo die Stadt von morgen gebaut wird. Das Arcadia-Projekt bewegt sehr schnell schnell. Und wir hoffen, dass es für den Sommer 1961 fertig ist. Lass uns einen schnellen Blick auf einige der wunderschönen Perken, die Arcadia gibt. Of course, to offer. First of all, Flasads tired. Modern housing with the latest technology included. Service droids, voice operated devices, and everything a modern American family needs. And with our road system that will communicate easily with the downtown area, you won't have to worry about traffic anymore. Get to work either by monorail or an electric car. And what about leisure? If you want to enjoy a good movie, there is a spectacular drive-in theater with an immersive new system called Visiorama. But that's not all. We have a special surprise for our audience, and here is our good friend Arpad Kovacs to explain it to us. Hello, Mr. Walton. Hello, kids. I am here to tell you we are building a new TV studio right here in Arcadia. So from now on, I will be recording Architects of Tomorrow from my workshop right here. Isn't that amazing? So, Arcadia already has its first neighbor. What are you waiting for? Call and make your reservation so you can be one of the lucky ones to be selected. Ask for housing in Arcadia now and be welcome to... A wonderful tomorrow to live in. Lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.